Hallo, mein Name ist Georg Niedermühlbichler. Ich bin Präsident der österreichischen Mietervereinigung. Nun, was machen wir? Wir helfen konkret Menschen, wenn sie beispielsweise Probleme mit ihren Vermietern haben. Darüber hinaus sind wir auch eine starke Interessensvertretung. Wir kümmern uns darum, dass die Politik dafür sorgt, dass die Bedürfnisse der wohnenden Menschen nicht außer Acht gelassen werden. Dass die Gesetze und Verordnungen verbessert werden im Sinne der wohnenden Menschen. Es würde mich freuen, wenn auch Sie die Mietervereinigung unterstützen würden und Mitglied bei uns werden.